Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Wonderlog. Im letzten Part haben wir Professor Platan kennengelernt, haben uns in Illumina City umgeguckt, haben ganz viele Menschen kennengelernt, unter and the Yenta und Flordelie und sind jetzt auf der nächsten Route 5 gekommen, wo wir verkrackt haben, ein Pokémon zu fangen. Und ja, ich habe gesagt, das wollte ich nicht, kurz im Pokémon sein, hat meine Pokémon-Gehalt, wie gesagt, mein Froxy-Gehalt und ja, du kommst weg, du kommst. Das war zu fix, war ein bisschen zu fix unterwegs. Du kommst vor, denn ein Wasser-Pokémon möchte ich jetzt in diesem Kampf nicht vorne haben. Wir verstehen uns blind, auch ohne Worte. Wir wissen immer, was im Kopf der andereeln... Und so wie ein IX-Tender, einiger Verb guess. B買ternetaan, AAPP-APP-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa- Escape. Genau, Kumi und Rumi. Wir haben hier wütend oder noch nicht. Wir wollen uns nicht hassen. Deswegen wollte ich keinen Franz-Du bubble from. Äh, Wasser. Wo sind die Kinder? Oh, das ist schon. Abzahn, Puzzle, der kommt weg. BAMS! Iiii, das freut mich an. Iiii, das ist ja eklig. Dafür ist es zwar keine Wirkung, aber auch Rückkehrswirkung. So, auf Minum. Oh, rechte Hand. Ich glaube, mein Jokliff überlebt auch keinen Sieg, keinen Batemut. Fisch, Puzzle. Iiii, das ist ja 14 für Flappebe. Razor-Lead. Ähm, 45, die Joka ist 55. Ich wollte euch auf der Schance machen, wir wollen weg. Nein, nein, nein. Meine Bespörungen brauche ich eigentlich auch nicht, mag ich nicht, aber... Level 15 für meinen Jokliff. Und Bodycheck. Jetzt war eine gute Step-Attacke, aber nein, du trittest dich damit nur halb selbst. Ich kann auch mal vom Block. Razor-Lead und weiter hin zum Rückkehr. Ich habe das Wankritt. Dönerwelle. Iiii. Ich hoffe, ich habe ein Paar der Heiler. Ich will mich nicht wieder zurücklaufen. Töte es. Tschüss, Minum. Fast Level 16 für Klabbebe, aber 16 für Jokliff. Klab, Klab, ja, Klab, Klab. Fast Level 17 für Jokliff. Wow. Na nun, Hoi-Jokliff entwickelt sich. Ich habe gesagt, Jokliff entwickelt sich. Ich drücke keine Taste, weil ich, wenn ich irgendeine Taste als Drücker wischig sehe... Bumm. Glückwunsch ein Prägerung wurde zu einem Terribug. Ein sehr cooles Pokémon. Muss ich schon zugeben. So. Gucken wir jetzt mal deine Werte an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir nicht einen Paar der Heiler für dich haben. Ähm, haben wir sogar. Gut gemacht, Blabbebe. Erster Kampf erfolgreich überstanden. Ähm, wie lange nehme ich auf? 4 Minuten erst, okay. Ja, ich muss da voll jetzt ein Item. Einmal durch Soikras, ey. Einmal durch Pokémon über Pokémon. Woff, woff. Oh, ich kann Entons fliegen. Fliegen, nicht fliegen. Wow, ich kann Entons fliegen. Ich glaube, die fressen auf jeden Fall. Aber ob so fliegen, gern weiß ich nicht. Wow. Oh, jetzt kommt auch noch ein Massenkamm. Oh, ich bin ein Fünffachkampf. Oh, ich bin ein Schluppopop. Okay, Linnert. Ich habe keine Attacken, die euch alle treffen. Wenn ich Surfer habe, komme ich gerne wieder. Dann fänge ich euch alle auf einmal weg. Aber jetzt noch nicht. Nee, danke. Tut mir leid. So. Ein Superball ist ein Super-Pokéball, ne? Nur so zur Information. Oh, noch ein Gruppenkampf. Ihhh, ich will nicht mehr. Das ist doppelt. Yeah, noch ein Gruppenkampf mit Lopo. Kann nicht was anderes kommen, in das Schöneres ein... Keine Ahnung, nicht. Flabäbe. Ja, viel cooler. Wir voll cooler, die Vila. Oh Gott, da kommt noch mehr krass. Lass mich einfach raus. Hier bitte, 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 bitte. Ich will nicht weg von hier. Äh, ein Schkoppel, ne? Das ist ja Skoppel, ne? Heute sieben. Tschüss. Ichkowski ist Koppel. Ähm, es ist schon faszinierend, wenn Pokémon-Gruppen auftreten. Aber hallo, das ist fast so, als ob eine Tanztruppe besteht, nur aus Pokémon ein Auftritt hat. Das ist doch auch immer nur ein Tanz, was dir nur? Klar, du selbst in Bomberkämpfer halt nicht ausschaut, auch von Zielen kannst du willst. Da möchte ich immer gleich lostanzen, zum Beispiel, wenn ich attacke Schwertanz, das ist einfach toll. Vielleicht gewinne ich das halt nie. Wo wir gerade bei Sintpepe, du wirst doch sicher immer attacken, wie es sich in uns kühle Tanzfluss durchgeht, oder? Du musst mir unbedingt meinen Kampf zeigen. Ja, ich habe aber keine Arbeit, trotzdem ich sage, gerne mich kennst. Von Pokémon-Trader-Tschirn? Ja. Ach, der heißt jetzt beim Play-Eye, ich brauche es noch zu kaufen. Ich will davon ganz Sixpack kaufen, ich soll nicht nur zwei Flaschen. Ich habe mich bei denen der getrunken. Passt dir an. Einst vergessen, du hast ja einen Dingies. Dann darf wohl mal Bebor ran. Ha. Los, Bebor. Boah, Zink hat nie Schaden. Mal gucken, wie viel Schaden eine Rückkehr macht. Börms. Ja, auch nicht so viel. Mehr ist da nicht klar, aber. Päusenstick. Auf dem Arsch. Macht auch nicht mehr. Zunächst der Rückkehr muss es töten. Rückkehr. Börms. 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 Tomoto, es ist nur mal mein Traum, mit der besten Pokémon-Tanz der Welt auszudenken. Ich wurde geboren, um zu tanzen, und das werde ich auch mein Leben lang tun. Dieses Tramp ist natürlich perfekt zu dir, Tino. Ich möchte mit der gleichen Leidenschaft den Pokédex füllen. Es ist gut ernsthaft, dein Ziel zu verfolgen. Ähm, ich habe etwas Honig für dich, Pepe. Pepe hält Honig. Äh, wie es scheint, kann man mit Hilfe von Honig mehr Pokémon-Massenbegegnungen hervorrufen. Dementsprechend wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch noch überdrücken kann. Würde, mit denen man mehrere Pokémon auf einmal angreifen kann. Das ist sehr cool von dir, Troubato-Tomato. Mh, nein. Den nächsten Kampf bestreite ich mit Terribark, weil es uns wahrscheinlich ein Blutbart wird. Gacha, Gacha. Ich bin zu blöd, A zu drücken. Ich habe es kaum, ich habe kaum geschlafen. Ich bin total müde, ob dieser Kampf wohl eine gute Idee ist? Ich hoffe es, dass es eine gute Idee für mich ist, den ganz bestreiten. Tobias. Der Kadabra. Auf Level 14. 13. Ich bin extrem zu betrieben. Anfang. Bis. Ui, der ist. Töter es. Danke. Das ist eine sehr gefährliche Nasdaq-Stelle, hier am Anfang gleich. So relativ früh ein Kadabra haut ganz schön rein. So, ich muss den Terribark mal langsam langsam tun. Das ist schon da mit 17, die anderen sind da mit 13 oder 14. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Das wird Terribark nicht weglevelt. Kommt, Psyduck geht dann nach vorne. Hier ist ein Item versteckt. Ein Supertrank ist ein Supertrank. So, dann einmal das Railway runter. Findet das Item Supertrank. Jetzt habe ich zwei Supertränke. So, hier ist der Skaterplatz. Sind wir schon durchgelaufen. Will ich auch gar nicht mehr hin, denn ich will nochmals Pokémon-Setter zurück. Meine Pokémon heilen. Ich nehme schon wieder seit 10 Minuten auf, ey. Wie die Zeit verfiegt, ne? Das ist wieder wie vor. Zwei Minuten erst angefangen. Das sind schon mal 10 Minuten, ey. Naja. Kurz Pokémon heilen und dann kann es schon weitergehen. Auf der Route. Dann auf der Route. Die Route ist noch ein gutes Stück lang. Bis zur nächsten Ortschaft. Oder? Ja, bis hier noch was. Bis hier kommt es noch. Ja, alle Pika-Zu. Ab da rein in den Dunel. Und weiter geht's. So, dann muss ich jetzt mal den ganzen Weg wieder laufen. Das ist ja alles aufruhen. Zurückgelaufen, ne? So. Hier einmal durchsneaken. Hier einmal an Tobias vorbei. Hier einmal den Berg hoch. Railway. Woom. Und hallo, Sienelbeere. Ja, da war nichts. So, dann machen wir diese fünf Felder. Sind sechs. Okay, egal. So, wieder hoch. Und kämpfen. Ich habe es zwar bisher noch nicht geschafft, meine Tricks auf mein Team abzustimmen, aber für dich wird es schon reichen. Ich glaube, für mich reicht es gar nicht und ich will jetzt in den Nuss. Ich habe eine Erfahrung Erdnüsse gekauft. Ja, ich habe auch Nüsse und noch hier. Ich habe auch gewohnt. Supergeil, Pika. Supergeil. Echt? Supergeil. Aquatinade. Los, Pseidat. Ich wollte jetzt irgendwie die Nüsse an den Zähnen haben. Hm. Geil. Nochmal Aquatinade. Los, nochmal Aquatinade. Tschüss. Da treibt sich mein Pseidat. Ein Lächeln. Kannst ein Pokémon. Dafür ist doch ein Tor gut. Weg ist auch ein vieles Pokémon. Es ist stark. Von dem Nächsten. Zweihand. Ich habe schon. Supergeil. Giftstapel. Bäm. Und. Steps, der ist es. Gift. Stich noch drauf. Macht ganz gut für Schaden. Das ist Mäge. Pseidat Level 15. Gut. Konfusion. Nein, endlich. Tschüss. Was machen. Ich mein, das ist ja dann die beste Attacke. Aber es ist. Besser. Nachdem ich mehr. Ja. Noch ein bisschen schneide. So. Pseidat kann. Nach hinten gehen. Also dann müsst ihr euch echt wieder gewöhnen, denn ich level alle Pokémon, dass sie alle möglichst auf einem Level sind. Bleibt sich versteht. Danke. Danke. Okay. Oh, ich hätte auch gern blauen Roller-Styles. Und wie gesagt, jetzt habe ich es mir. Die Erdnusskasten. Das ist supergeil. 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 Das ist supergeil. Aquamelle. Das letzte Dodo hat mich fast fertig gemacht. Mal gucken, was die ist. Dr. Kip. Tschüss, Dodo. Die ist so gut für dich aus. Yay, level 15 für... ...Froxy. Aber wir hatten schon so viele Entwicklungen in diesem Let's Play bis jetzt. Und dieser Challenge, das ist echt der Wahnsinn. Da hatten wir schon zwei. Da hatten wir schon eine. Auf unserer Box hatten wir noch mehr zwei. Das waren schon fünf Entwicklungen. Nicht schlecht. Du, nicht schlecht. Ab übers Railway. Ab übers Railway. Da finden wir eine TM. Nämlich Klauenwetter. Sehr cool. So. Wenn ein Pokémon stets dabei hat, kann sich mit dem Trainer auf der ganzen Welt messen und auch Pokémon tauschen. Ich weiß, ich kann mich auch mit dem Trainer messen. Aber werde ich nicht, denn ich bin nicht so gut im Trainer messen. Moment mal, Pokémon. Ich muss sagen, ich habe trotzdem eine eigentlich Random-Challenge ist, was ich habe. Habe ich relativ anfangs Pokémon, muss ich sagen. Also jetzt kein Kindwurm, was schon krachen gut kann. Jetzt hat er noch ein bisschen. Doch Pokémon, die für den Anfang gut sind, aber halt nicht overpowered sind. Wow. Mach das doch nochmal. Das heißt doch nicht, dass mein Lieber nicht mal... Ich bin wirklich drauf, die Lieber nicht mal... ...und 15. Wenn alle wieder 15 aussah. Ähm... Irgendwie, wie heißt das? Teddybark. Der Teddybark muss davonleveln mit Level 17. Das ist vielfach nicht sehr effektiv. Du ziehst mir einen ab und regenerierst einen über seine Regenerationsrate von 100%. Aber auch nur, weil 0 KP regeneriert nicht möglich ist. Erdbewerb. Erdbewerb. Nur 20 Prozent der KP, die du abziehst. Regenerierst. Nach 5 Attacken kriegst du ein KP. Regeneriert. Oh Gott. Erste Grasfeld betreten. Und schon verkürt. Aber die Velhicle, das ist guter. ein auf dem Weg mehr zu einer W wenn ich nicht so gut der Kuh für den Bibel ist unbordlich dauerhafter Angriffs Kassel Protein beispielsweise. Komm her mit deinem Visor. Das weiß ich noch, dass es mir Visor. Ein Visor-Caster. Haha. 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 In der Art. Glück her. Ich werde zu... One-Hit. Ein bisschen OP, würde ich mal sagen. Jetzt noch ein Ding dazu. Ein Kingstein. Da mache ich auch noch immer ganz Crits. Äh, lass flinchen. So, er ist noch vorbei. Ich will dann hier nicht runter. Dann muss ich nicht durchs Gras laufen. Wohnkraft trage ich immer so. Dann gibt es das Glas an meinen Peinen. Hallo Maximilian mit Veggie-Marc. Den Weg-Maggie. Maggie. Per-Wie-Maggie. Das sind vegetarische Maggie. Giftstab. Beuchenstich. Der Fektiv-Sterb und Giftstich. Uah. Was wird sonst trinken wollen? Ich habe nichts mehr hier. Ich habe noch ganz viele leere Flaschen. Ich muss mich mal alle wieder wegbringen. Level 16 für Bibor. Duonadel. Eine Käfer-Stepper-Attacke. Tschüss, Fadisus. Meine erste richtige Stepper-Attacke. Meine erste gute Stepper-Attacke. In Anführungszeichen gut. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht zu. Duonadel. 25 Stärke. Stachel an der Vorderbeintreffen. Das zieht zweimal. Sie wird eventuell vergiftet. Also du hast halt immer Step mit dazu. Das heißt... 25. Die Hälfte davon sind... 12 dazu. Sind 37. Du hast einen Angriff von... 44, 74. Durch Step halt. Ja, ist schon ganz in Ordnung. Ich würde sagen. So. Ich habe sie auch noch vorne. In B-Boys Level 16 sind das zweitstärkste. Und auf die also zwei. Hier brauche ich den Zerschneider. Den kriege ich erst noch. Holo-Nachricht erhalten. Vielen Dank, dass du dich für diesen Holo-Log entschieden hast. Der Holo-Log wurde im Labor von Flotte nie entwickelt. Um den Alltag der Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen dazu mit dem Gerät zu reden. Bis blablabla. Bis blablabla. Bis blablabla. Bis blablabla. So. Da ist nix drin in dem Haus. In dem Haus kriege ich aber was. Von der Dame da oben ein Herzkonfekt. Sehr gut. Was man sagen, ist schon jüte Seite. So. Und von dir. Gefühl Typ Drachen habe ich leider. Tut mir leid. Wenn du eben ein Typ zeigst, was er will. Also nimm den Typ Drachen. Kannst du dir eine Bäre aussuchen. Und zwar, ich glaube, eine der sechs wichtigen Bären. Also Verwirrung, Paralyse, Vergiftung, Verbrennung und Schlaf. Plus die, wo alles macht. Kannst du da eine aussuchen. Persin. Oder eben die Sternstücke erhalten. Geil. Geld. Eier hält Kohle. Eier hält Kohle. Eier erhalten Kohle. Was? So. Dann ab ins Pokémon Center. Hier ist auch der Namensbewerter. Falls man seinen Spitznamen ändern will. Falls er sie immer noch nicht wusste. Das ist nämlich der freundliche Guy dort rechts. Der da. Der bewertet seinen Spitznamen und gibt ihm einen Pokémon neuen Namen. Habe ich noch, da kann ich mich nicht lassen, Schatz. Weil habe ich noch 20, da habe ich, da könnte ich mir mal 10 kaufen. Komm, bald wieder mache ich doch. Einmal kurz nochmal durchsortieren alles. Klauenwärter kann nur Enteren lernen. Okay, Stine Ben muss jetzt nicht sortieren. Gut. Dann machen wir noch einen kurzen Dialog und dann beenden wir den. Da habe ich mich auch bis zum Story mit dem Partner gebracht. Gehen in das Castle. Wie heißt es nochmal? Ich weiß nicht. Chateau Tristesse. Hallo, Pepe. Seid ihr? Sehe an. Ihr kennt euch. Zwei Besucher im Chateau Tristesse. Das ist selten. So viel war hier schon lange nicht mehr los. Dieses Schloss oder besser gesagt, Chateau war früher das Anwesend einer adeligen Familie. Das ist vielleicht ein wenig runtergekommen, aber liegt an einer langen Geschichte. Im Laufe dieser langen Geschichte bezieht das Schlossherr. Die meisten haben die Schlossherr, die meisten ihre Besitztümer, die Leute verschenkt. Deswegen ist hier drin so leer. So viel dazu. Was denn jetzt war es? Gibt es hier nichts mehr, das mit der Megaentwicklung zusammenhängt? Nein, das ist alles. Ende der Geschichte. Was bitte ist die Megaentwicklung? Mein Herr, es ist wieder da. Ach, es ist wieder soweit. Nicht, dass ich irgendetwas dagegen tun könnte. Ich muss jetzt los auf Rote 7, aber lasst euch ruhig Zeit, dann zählt euch hier etwas Ruhe um. Worum geht das da wohl? Wollen wir nicht auch auf Rote 7 gehen? Ja, gleich, meine Lieber. Aber erst hole ich mir noch einen E-Term ab. E-Term. Das liegt da oben. Hier liegt später übrigens auch der Megaflunkkiefer. Ne, glaube ich war es. I think so. Fluchtzeile halten. Oder oben in dem Raum, wo es jetzt im Moment nichts gibt. Hier liegt auf jeden Fall ein Megastein fertig. Das weiß ich noch, aber es ist erst Postgame. So weit sind wir noch lange nicht. Ha, ich würde sagen, ich bleibe hier stehen vor dem schönen Haus. Beendet ein paar. Danke fürs Zugucken. Und ich sage dann Tschüssle. Bis morgen, Leute. Tschüssle.